Nachdenkseiten Die kritische Website Die Annexionsaufregung Ein Artikel von Jakob Rapkin, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Hoffmann, verantwortlich Redaktion Am 1. Juli stand die Welt still und fragte sich, wird Israel einige der palästinensischen Gebiete annektieren, die es 1967 erobert hatte? Das Dokument, das die Trump-Administration im Januar dieses Jahres als Friedensplan für Israel und Palästina präsentiert hatte, ermöglicht eine solche Annexion. Europäische Regierungen, Mitglieder des US-Kongresses, Liberale, im Gegensatz zu Offenrechten, Pro-Israel-Aktivisten, warnten davor und einige drohten sogar mit sanften Vergeltungsmaßnahmen. Der 1. Juli kam und ging und Israel erklärte keine Annexion. Kann die Welt nun erleichtert aufatmen? Tatsächlich wäre die Annexion hauptsächlich ein rechtlicher Akt zur Legitimation der herrschenden Realität. Diese Realität ist altbekannt. Israelische Siedlungen, einige von ihnen sind tatsächlich weit verzweigte urbane Einheiten, wurden an strategischen Stellen der besetzten Gebiete erbaut. Während einige von ihnen mit Verweisen auf die Bibel gerechtfertigt wurden, bestand die eigentliche Absicht darin, die palästinensischen Gebiete mit massiven Siedlerblöcken, die von Hunderttausenden Israelis bewohnt werden, zu spalten. Das pflegte der frühere israelische Premierminister Ariel Sharon, schwerlich ein frommer Bibelleser, Fakten auf dem Boden zu nennen. Exklusive Autobahnen wurden gebaut, um die Siedlungen miteinander zu verbinden. Und die Siedler wurden ökonomisch und gesellschaftlich in das übrige Israel integriert. Sie unterliegen weiterhin dem israelischen Zivilrecht. Die betroffenen Palästinenser auf der anderen Seite unterstehen dem israelischen Militärrecht und bleiben außerhalb dieser ausgeklügelten Separationsstruktur. Dazu kommt ein weiterer, ganz praktischer Unterschied. Während die Palästinenser keine Waffen besitzen dürfen, haben die israelischen Siedler sehr wohl das Recht dazu und sind oft bewaffnet. All das entspricht haargenau dem alten zionistischen Prinzip des Hefrada, also der separaten Entwicklung. Die zionistische Minderheit hatte als Vorbereitung der einseitigen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1948 getrennte soziale, ökonomische und politische Strukturen errichtet, die die arabische Mehrheit ausschlossen. Diejenigen, die vor einer Annexion warnten, führten ins Feld, dass es jede Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung, mit anderen Worten, einem palästinensischen Staat neben Israel zunichte machen würde. Ein Palästinenser witzelte kürzlich, dass man nichts töten könne, was bereits tot sei. Während die Osloer Verträge von 1993 eigentlich die Einführung eines palästinensischen Staates vorsahen, schritt Israels Kolonialisierung der besetzten Gebiete weiter voran und verwandelte die Zwei-Staaten-Lösung in eine scheinheilige Chimäre. Frühere Annexionen fanden 1980 und 1981 statt und wurden auf das besetzte Land in und rund um Jerusalem bzw. die Golanhöhen angewandt. Die Vereinigten Staaten erkannten diese Annexionen erst 2019 an, während der Rest der Welt sie weiterhin als illegal betrachtet. Doch im Gegensatz zu den westlichen Sanktionen gegen Russlands Übernahme der Krim hatten diese einseitigen Maßnahmen keine großen Kosten für Israel zur Folge. Israel wurde keinen wirtschaftlichen und politischen Sanktionen unterworfen und militärische Ausrüstung strömte aus den großen westlichen Staaten weiterhin nach Israel, darunter auch aus Deutschland, während Israel seine Bande mit der NATO sogar noch enger knüpfte. Mehr noch, Israel exportiert erfolgreich raffinierte, in Jerusalem hergestellte Hightech-Produkte und edle Weine aus den Golanhöhen mit dem Etikett Made in Israel. Kampagnen zum Boykott solcher israelischer Produkte wurden geächtet oder anderweitig kaltgestellt. Israel ist auf engagierte Unterstützer aus aller Welt angewiesen, die Israel-Kritiker fragwürdig erscheinen lassen und sie oft als Antisemitenbrandmarken. Im Gegensatz zum Mythos der in Anführungszeichen jüdischen Lobby sind die meisten Israel-Unterstützer evangelikale Christen. Sie sind nicht nur in den Vereinigten Staaten aktiv, ihrem unangefochtenen Zentrum, sondern weltweit, von Südkorea bis Brasilien. Ihre Aktivitäten bewirken, dass Israel praktisch immun ist, weil sie dafür sorgen, dass es mit bedingungsloser politischer Straffreiheit ausgestattet ist. Ganz unabhängig von der Rhetorik wird Israels Herrschaft über die besetzten palästinensischen Gebiete stillschweigend akzeptiert. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es sich mit den neuen Annexionen genauso verhalten. Währenddessen können diejenigen, die vor der zum 1. Juli erwarteten Annexion gewarnt haben, vorübergehend erleichtert aufatmen. Doch Israels stets pragmatischen Regierenden werden ihre eigenen Zeitpunkt dafür wählen, wenn sich die vorübergehende Annexionsaufregung gelegt hat. Zum Autor Jakob Rapkin ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität von Montreal. Von der Wissenschaftsgeschichte bis hin zur jüdischen und israelischen Geschichte hat er auf verschiedenen Gebieten gewirkt. Als Berater hat er für unterschiedliche internationale Organisationen gearbeitet, darunter auch für die UNESCO und die OECD. Seine Arbeiten und Kommentare werden international rezipiert und veröffentlicht, unter anderem in der FAZ und Süddeutschen Zeitungen. Sein aktuelles Buch mit dem Titel »Im Namen der Thora – Die jüdische Opposition gegen den Zionismus« ist im Verlag 50-50 erschienen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.